...40, Städte de San, mit Balloon jetzt am Start. Balloon, den kennen wir, diesen Oldenburger Hengst von Balloon de Rue. Zu Hause im Stall der Familie Engler. Aus seiner Mutter von Landkapitol kommt er für das Reizentrum Frese-Immenhöfe, die beiden am Start. Aus seiner Mutter von Landkapitol kommt er für das Reizentrum Frese-Immenhöfe, die beiden am Start. Aus seiner Mutter von Landkapitol kommt er für das Reizentrum Frese-Immenhöfe, die beiden am Start. Aus seiner Mutter von Landkapitol kommt er für das Reizentrum Frese-Immenhöfe. 8,4 ohne Abzug. Das ist derzeit im Gesamtklassman die Führung. Die 50. Dann Bill Mondo, der sechsjährige Oldenburger.